Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Hier sind wir wieder. Das ist das letzte Video von 2019. Wie Sie wahrscheinlich sehen können, ist es bereits schmerz. Wir sind hier auf der 3rd Day von Weihnachtsmus. Ja, wir waren missen, wir sind in den Outdoors. So, wir sind zu unserem usualen Ort. Manuel hat einen schönen Hump von half a Cow. Und wir werden ein paar Friede Potatoes machen. Und ja, wir werden vielleicht ein paar Magic Potion machen später. Wir werden wirklich auf 19, 2019 starten. Und wir werden, hoffentlich, ein paar Overnighten im nächsten Jahr. Ja. Ja. So, ich werde die Kamera loswerden. Ich habe noch nicht in den letzten paar Wochen gekauft. Ich habe schon ziemlich leid. Es ist schon ziemlich schmerz. Es wird schon ziemlich schmerz. Obviamente, ich habe die Licht gekauft. Ja. So, ja. So, ja. So, ja. Hopefully, das wird funktioniert. Weil ich habe eine neue Kamera. Ja. So, ja. Wir werden sehen. Wenn wir den Hobo runterkommen. Ja. Wir werden sehen. Wir werden es runterkommen. Und wir haben es runterkommen. Und wir haben es nicht zu tun. Wir haben es runterkommen. Jetzt werden wir etwas Kohl's hier. Und wir werden den neuen Frying Pan testen. Alright. Hier geht's. Ja. So. Oh, ha. Food porn. Ich habe es hier. Ich habe es hier. Wie? Ingenächtig. so we can fart again oh yes and already here the fireworks in the distance here in germany a couple of days before new year's eve they start selling fireworks and it's legal to have a firework on on the 31st but a lot of people just as soon as they have them they're gonna start lighting them especially kids love doing that at least i did when i was small okay as usual it's not even eight o'clock and we're done we had our magic potion good stuff we're getting pretty tired so we're kind of done for the night i'll get you back in the morning then you can see better good night well Manuel insisted on making a video since this will as always here i'm laughing this will as always take quite a while until i get myself organized so first i will try there we go gracious as always good morning this was a very very cold night both Manuel and me we had a lot of condensation it's really more than we ever had before but the night was pretty warm in our sleeping bags there's nothing to complain there i already got up and there's a beautiful sunrise going on so i'm gonna be showing you that Manuel is gonna get up soon too he's just warming up his pants in his sleeping bag it's a great pro tip before you get up before you get into the sleeping bag strip down and in the morning just take your pants into the sleeping bag that works pretty good yeah beautiful really beautiful day yeah so i got an sleep like i got me I can swear i want to be See, that's how cold it was, freaking icicles on my tent. Coffee time. And now breakfast. No. Bacon and eggs and no beans again again who's watching what breakfast of champions hmm oh man this is good okay that's it for the video we're gonna have a nice breakfast and some coffee we're gonna pack up now and head home see you next time